Ja, fragst du mal. Ach deine Nummer, komm mir an. Ich würde ja auch ihr Steuernpätzchen wieder geklaut. Hast du dir geklaut, oder was? Die Schüssel. Diese kleine Schüssel. Guter Trausch. Ich nehm die 80 Euro Gerte zurück und kriegst eine Schüssel. Das war ja auch einfach so lustig. Ich dachte schon, der Herr wird wachsen. Also der Weg zum Steuern ist schon echt ein guter Weg. Der war schon echt. Ich denke schon. Der Ex. Ich glaube, wenn er gesagt hat, dass er das weg ist, dann kann ich ihn einfach nicht nur sagen. Charlie ist da auch in der Situation. Der ist schon hart. Haben wir alle geworfen.